Wie hast du so geschlafen? Lang genug, tief genug und sogar so gut, dass du fit wie ein Turnschuh bist? Ja, dann kann ich dir nur gratulieren. Denn leider ist dieses Glück nicht allen Menschen vergönnt. Viel zu oft wachen wir nämlich total gerädert auf oder brauchen ewig, bis wir überhaupt einpennen. Und dann fühlen wir uns am Tag weniger wie ein fitter Turnschuh, sondern eher wie so eine ausgelatschte Adilette. Sind unkonzentriert und vielleicht ein ganz klein bisschen schlecht gelaunt. Aber hat guter Schlaf tatsächlich etwas mit Glück oder besser gesagt mit Veranlagung zu tun? Sagen wir es mal so. Es gibt Menschen, die schlafen von Natur aus besser als andere. Das kann zum einen mit Veranlagung zu tun haben oder aber damit, dass bei diesen Menschen der Tagesablauf besser auf den individuellen Schlaftyp abgestimmt ist. Beziehungsweise, dass sich der Tagesablauf besser mit dem Schlaftyp verbinden lässt. Wir Menschen unterscheiden uns nämlich in drei Schlaftypen oder wie man in der Fachsprache sagt, drei Chronotypen. Der erste Typ, das ist der Morgentyp. Da wird auch die Lerche genannt. Diese Menschen sind in aller Früh hellwach, produktiv und vor allem gut drauf. Dafür sind sie abends die Ersten, die vor der Glotze einpennen, bevor der Film überhaupt begonnen hat. Der zweite Typ ist der Abendtyp oder auch die Eule genannt. Eulen müssen sich selbst fast mit Gewalt aus dem Bett schubsen und schaffen es nur mit Ach und Krach um acht im Büro zu sein. Für sie ist das, was für die Lerchen die beste Zeit des Tages ist, nämlich noch mitten in der Nacht. Dafür haben sie ihre geistige Hochphase meistens dann, wenn andere schon ihr Kissen rufen hören und liefern um 22 Uhr geistige und körperliche Bestleistung ab. Drittens, der Mischtyp. Wenn dein natürlicher Schlafrhythmus irgendwo zwischen dem von Lerche und Eule liegt, dann wachst du zum Beispiel ohne Wecker zwischen halb sieben und acht auf und hast dein geistiges bzw. dein kreatives Hoch ungefähr am späten Vormittag und dein Tief am frühen Nachmittag. Neben den Chronotypen gibt es natürlich auch noch zwei unterschiedliche weitere Schlaftypen. Die Langschläfer und die Kurzschläfer. Und du ahnst es wahrscheinlich, du ahnst es natürlich schon, Langschläfer benötigen mehr Schlaf als Kurzschläfer. Gute neun Stunden, um genau zu sein, während die Kurzschläfer sogar mit unter sieben Stunden Schlaf auskommen. Zu welchem Typ du gehörst, das lässt sich ziemlich leicht herausfinden. Wenn du nach wenigen Stunden Schlaf den Tag über zumeist bzw. die ganze Zeit fit bist, dann bist du wahrscheinlich ein Kurzschläfer. Allerdings ist das eher unwahrscheinlich, denn nur etwa vier Prozent der Erwachsenen zählen zu den Kurzschläfern. Die meisten von uns brauchen tatsächlich etwa sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht. Und genau hier sind wir schon beim größten Schlafproblem unserer Zeit angekommen. Wir richten unseren Schlafrhythmus nach unserem Tagesablauf. Wir stehen vielleicht zu früh auf, weil es der Job verlangt und gehen zu spät ins Bett, weil der Sportkurs erst um 21 Uhr zu Ende ist. Außerdem sind da ja auch noch die ganzen Alltagsverpflichtungen, die einem häufig sehr schwer machen, gute sieben bis acht Stunden Schlaf in den Tag zu quetschen. Wir haben einfach keine Zeit zu pennen. Sagen wir es doch einfach mal, wie es ist. Dabei ist ausreichend und vor allem gesunder und erholsamer Schlaf absolut wichtig für deine Gesundheit. Im Schlaf bildet das Gehirn zum Beispiel neue Gedächtnisinhalte und verfestigt sie. Außerdem werden in den Gehirnzellen Abfallprodukte abgebaut und die wichtigen von den unwichtigen Informationen getrennt. Nur so ist dein Gehirn überhaupt in der Lage, am nächsten Tag wieder neue Eindrücke aufzunehmen. Während du pennst, erholt sich dein Gehirn also nicht nur, sondern es macht einmal richtig schön klar Schiff, damit du am nächsten Tag wieder klar denken kannst. Dazu werden im Schlaf Wachstumshormone ausgeschüttet, die den Körper bei der Regeneration von Knochen, Muskeln und inneren Organen unterstützen. Und auch dein Stoffwechsel gibt Vollgas, um deine Energiereserven wieder aufzufüllen. Während du schläfst, finden außerdem die meisten Zellreparaturen in deinem Körper statt. Die Blutzuckerregulation und der Fettstoffwechsel werden ins Gleichgewicht gebracht und es werden vermehrt Antikörper produziert, die dein Abwehrsystem kräftigen. So und auch ganz wichtig, Schlaf hat eine stressabpuffernde Wirkung und guter Schlaf schützt davor, dass Stress am Folgetag zu negativen Handlungen oder Fehlentscheidungen führt. Außerdem verbessert er deine Impulskontrolle, sodass du gedanklich flexibler und nicht so gereizt oder dünnhäutig bist. Du siehst, dein individuelles Schlafbedürfnis hat tatsächlich einen starken Anfluss auf dein Wohlbefinden, auf deine Leistungsfähigkeit und eben auch auf deine allgemeine Gesundheit. Und genau aus all diesen Gründen können Schlafmangel und ungesunder Schlaf auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und zur Entwicklung von Krankheiten führen. Zugegeben, von der einen oder anderen zu kurzen Nacht wirst du nicht gleich krank. Schlecht gelaunt? Vielleicht schon, aber nicht krank. Wenn du aber zu den Menschen gehörst, die grundsätzlich zu wenig oder zu schlecht schlafen, dann solltest du dringend etwas ändern. Das geht nämlich besser, als man denken kann. Du kannst das nämlich tatsächlich trainieren. Zum Beispiel mit dem Online-Schlaftraining der Techniker Krankenkasse. Die TK bietet zusammen mit der Firma Mementor ein Online-Schlaftraining an, das in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich und einer Schweizer Klinik für Schlafmedizin entwickelt wurde. Es basiert auf der kognitiven Verhaltenstherapie und hilft dir mit verschiedenen Übungen und Methoden, deinen Schlaf zu verbessern und deine optimalen Schlafzeiten zu finden. So, und bevor du jetzt deinen kompletten Tagesablauf über den Haufen wirfst, versuche es im ersten Schritt erstmal mit kleinen Veränderungen, um deine Schlafroutine zu verbessern. Manchmal sind es nämlich tatsächlich die kleinen Stellschrauben, an denen nur ein ganz bisschen hingedreht werden muss, um eine große Veränderung zu schaffen. Dazu gehört zum Beispiel, dass alle technischen Geräte aus dem Schlafzimmer verbannt werden. Ja, auch das Mobiltelefon, das blaue Licht der Bildschirme verhindert nämlich, dass dein Gehirn in den Schlafmodus kommt. Im Idealfall bleiben sämtliche Bildschirme mindestens eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen aus. Glaub mir, ein gutes Buch zum Einschlafen und ein stinknormaler Wecker, der dich zum Aufwachen bringt, reichen völlig aus. Alles andere bleibt dann erstmal wirklich da, wo es ist. So, und dann ist es so, führe mal über mehrere Wochen ein Schlaftagebuch und schreibe auf, wie viele Stunden du geschlafen hast, wann deine beste Einschlafzeit war und wann du am besten aus der Koje gekommen bist. Teste dabei einfach mal aus, was dir gut tut. Geh vielleicht ein paar Tage, eine Stunde früher ins Bett und schau, was das mit dir macht. Oder wenn du unter Einschlafproblemen leidest, dann teste mal, eine Stunde länger wach zu bleiben. Mein persönliches Sandmännchen ist, besonders in Zeiten, wo mir viel im Kopf rumschwirrt, Bewegung am Abend. Sport baut nämlich nachweislich Stresshormone ab und sorgt dafür, dass du auf natürliche Weise müde wirst. Und dafür musst du jetzt nicht jeden Abend einen Halbmarathon laufen. Statt hochintensiven Trainings ist eine entspannte Einheit angesagt. Eine Runde Radfahren, leichte Gymnastik oder Yoga. Vielleicht sogar mit einer kleinen Meditation am Ende. Das ist ein toller Tagesabschluss mit einer positiven Einschlafwirkung. So, und last but not least, wie man so schön sagt, überprüfe mal, wie dunkel und ruhig dein Schlafzimmer ist. Licht und Geräusche sind nämlich die störenfriede Nummer eins, wenn es um schlechten Schlaf geht. Vielleicht hilft dir schon ein neues Verdunklungsrollow oder Ohrenstöpsel, um besser zu schlafen. Gerade in der Stadt kann genau das nämlich ein Thema sein. Und wie gesagt, noch mehr Tipps findest du beim Online-Schlaftraining der Technikerkrankenkasse. Einfach mal auf tk.de oben in der Suchmaske eingeben und dann in Zukunft vielleicht viel besser schlafen. Das wäre doch ein Träumchen.